Grüß euch miteinander, mein Name ist Jürg Wenger und ich wohne im Pfarrhaus in Seignau. Wenn du das Leben gerne hast, hat es dich auch gerne. Kennen dir viele Menschen, die das Leben wirklich gerne haben? Und an was merken die, ob dir es mit solchen Leuten zu tun hat? Wir sehen den Menschen an, dass sie das Leben gerne haben und es akzeptieren, so wie es ist, ohne Einschränkungen. Sie sehen gelassen aus, sie ist ruhig, sie fühlen sich einfach wohl in ihrer Haut. Es ist gleich, was sie gerade machen und vergüten ihre Zeit nicht mit Klagen oder mit unnötigem Grübeln. Solche Menschen sind begeistert vom Leben und geniessen es eben auch. Sie haben gerne gute Filme, spannende Bücher, Tiere, Natur. Sie haben einfach das Leben gerne. Solche Menschen werden auch von solch Menschen angezogen. Die Begeisterung und die Ausstrahlung sieht man ihnen an. Wenn es regnet, dann stimmt es auch für sie. Und wenn man im Stau bleibt stecken oder sich eine Zuge verspätet, sie lösen sich genau auf das ein, was um sie gerade passiert. Man akzeptiert es einfach, weil es man sich nicht ändern kann. Für sie ist es einfach wunderbar, im Regen zu laufen oder durch ein nass und feucht und gut schmuckendes Wald zu spazieren. Sollte Menschen sehen auch die Beine gerne, weil sie gerne Honig essen, sowie die Raupen, weil sie die schönen Farben eines Schmetterlings bestaunen. Auch diese Menschen haben nicht unbedingt gerne die Stechmucke, Krankheiten oder Naturkatastrophen. Aber sie können es annehmen, weil es zum Leben gehört und ein Teil von unserem Leben ausmacht. Man sollte lernen, mit dem Augenblick zu leben, im Hier und Jetzt, vom Morgen bis am Abend und den Tag geniessen und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, weil dieser Tag kommt nicht mehr zurück. Sollte Menschen haben ja auch gerne, wenn sie andere zum Lachen bringen können. Sie lachen nicht über andere, sie lachen mit den anderen. Sie lachen über das Leben. Also, freut euch und hättet das Leben gerne. Auf Wiederhören miteinander!